Hallo? Hallo? Is... is anybody home? Who goes there? Oh, uh, hello. My name is Anna. Sir? Ah, Anna. Dear Child of the West. Yes, yes, of course. Oh, I... I'm sorry. I... I thought this was the wizard's house. Ah, but it is, Anna. It is. The sorceress' house, to be more exact. Pleased to meet you, young lady. I've been waiting for you. Oh. Oh, I see. I'm sorry. Pleased to meet you, too. So you... you know about my grandpa, then? Of course, dear. Of course. Please, take a seat. I can't believe I finally found you. I don't even know where to start. Do you have a cure for my grandpa? How do I save him? I'll do anything. Patience, dear. Relax. We have time. He is gravely ill. It is true. But it is a special kind of illness. And a special illness, you see, deserves a special spell. What do you mean, a special kind of illness? Your grandpa, he is cursed. A very dark and powerful curse at that. No. Grandpa. But you must know, for such a spell, there are great and powerful objects needed. Objects I... do not possess. Whatever they are, I'll get them. Grandpa, he... he's all I have. Sadly, they are... how do you say? Protected. Protected? Yes, that is what I said. Child, didn't this grandpa of yours tell you not to interrupt people all the damn time? Oh, I'm... I'm sorry. Hmm. Well, as I was saying, there are three sacred objects that I need to complete the cure. But taking them from their owners is another matter. Hmm. Hmm. Es klingt mir jetzt irgendwie gerade stark nach Entwenden. Ich bin mir nicht sicher, ob das einer so gefallen wird. Hmm. Okay. So what are these sacred objects? Where should I look for them? Oh, my. So, how shall I get the orb, then? You will find a way, I'm sure. If you want to save your grandpa, you will have to. Yes. Yes, I will. I will find a way. Hmm. Interessant, dass die weißen Frauen hier auch noch drin vorkommen. Kann ja interessant werden für Anna. Und dieses zweite Object? An enchanted rose from the tops of Glass Mountain. This is the heart of the cure. The soul of the spell's essence, if you will. At its peak is housed a nasty outcast of this world. A bitter, twisted old fool that has embraced his seclusion. Ask for the rose and the rose alone. He guards many protected objects, but that he might part with. Oh, I see. Alright, so Glass Mountain. The tale goes that a dragon once gave passage to those that were worthy. You should speak to the minister at the church. He would no more on the legend. Wow, a dragon! Alright, the minister at the church. Hmm. Alle guten Dinge sind drei. Sowohl der Drache als auch das letzte Objekt scheinen interessante Aspekte zu sein. Das Zauberbuch. Fortunately, this is quite a great deal easier. In fact, I do believe you have it already. Really? Let me see. Das Zauberbuch. Don't be dull. The spellbook child from Winfrieda's Tower. Oh. Ah, ich wusste es. Ah. Oh. What? What is it? You do have it, don't you? Well, I did, but, but, an old lady took it from me, just outside. One of the most powerful spellbooks in all the land, and you gave it away. Well, not like that. I mean, she was nice about it, and seemed like a nice little old... Never mind. You must find it regardless. It contains the chance for the spell and is absolutely vital. Uh, alright. I will. I'm sorry. Don't apologize, child. Just get it back. Hmm. Okay, ich wusste es. Das war ja... Wie war das noch? Mit einem MacGuffin? Na gut. Ähm, was heißt du? Do you know how my grandpa is doing? Can you tell me? I've been in the woods for some time now, looking for Wunderhorn. So I just... I just want to know if he's still okay. I can tell you this much. He's not getting any better while you sit here chatting away. Oh, n-no, I guess not. Hmm... Hmm... Die weiße Frau und die ghastliche Spiriten, die die Wälder schrauben. Trickser des sehr peines Kindes. Alles was du machst, Kind, nicht in die Wälder. Oh mein, also wie soll ich dann das Wälder bekommen? Du findest einen Weg, ich bin sicher. Wenn du deinen Vater schaffst, musst du es. Ja, ja, ich werde. Ich werde einen Weg finden. Ich dachte, sie fügt noch etwas Interessantes hinzu. Aber gut, diese Frau, die nicht besonders gerne beim Reden gestört wird, oder gestört werden will, hat offensichtlich ein Faible für Wiederholungen. Na gut, ich wollte mal die Wälder besorgen. Dann sollte ich diese Objekte suchen. Vielen Dank, Frau... ähm... Gee, ich bin sorry. Ich glaube, ich habe deinen Namen vergessen. Ich habe es nie gesagt. Die Objekte finden sich nicht selbst, du kennst. Oh, ja, okay, ich bin sorry. Hm, Kinder... Es ist ziemlich eine alte und intrikate Sache. Es scheint, es ist so alt wie die Kirche. Hm... Nein... Aber nein... Vielleicht sollte ich etwas anderes probieren. Was wollen wir überhaupt probieren? Mädels, artikulier dich mehr. Hm... Gut... Hm... Warum... Warum so nicht, wenn ich das mache... Warum die Laterne runterbiegen? Okay... Ich bin offensichtlich ein wenig über der Zeit voraus. Ich nehme stark an, dass das mit dem... ... ich sag jetzt mal... mit dem guten Herren in der Kirche zu tun hat. Warte, guck mal, was das der Lacken daran... Das ist zu weit weg. Hmm, dann nehmen wir das mal mit. Oops. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Präzise mit diesem. Ah, oopsie-daisy. Ich glaube, ich brauche noch ein bisschen mehr Präzise mit diesem. Ein ziemlich langes, stürzer Stück von Knie. Sieht immer gut. Keine Meile ohne Seile. Oh, nein, ich werde passen. Ich sah mehr als genug grosser Dinge in Winfrieda's Tower. Gut gesagt, gut gesagt. Ich liebe es wirklich. Sie sind so groß und detailliert und einfach schön. Sie sind so großartig. Ich liebe es wirklich. Sie sind so groß und... Okay, das hat sie bereits gesagt und ich glaube, ich habe da einen Schreibfehler gesehen. Bei detailliert. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Okay. Wir wollen natürlich zum Koselbruch gehen. Vorbei an den werten Kollegen. Ähm... Zur Mühle. Die Mühle maht nicht. Das ist... Hm. Hm. Ein schlechtes Zeichen. H-hello? Ist jemand nach Hause? Es scheint sehr... kalt. Ich bin nicht sicher, dass jemand nach Hause ist. Hm. Eine sehr unsympathische Mühle, vielleicht mit einer entsprechenden Herren dahinter. Eine große, schöne Wettermühle. Es scheint sehr... kalt. Ich bin nicht sicher, dass jemand nach Hause ist. Hm. Eine Hatsch-Tür. Wahrscheinlich zu einem schweißen, alten, feinen Basement. Although... Judging by the Bartenders story... I hope it's nothing more sinister than that. Nicht in den dreizehnten oder fast siebten Gang? Ich bin mir da nicht ganz sicher. Dort sind... nun... eine andere Art von... Getreide. Hm. Sollte jetzt nicht das Problem sein, mein Liebe. Du hast ja ein gewisses Talent in... Desintegration. Ich sollte das zivilgespräch versuchen... und auf die dritte Tür knacken. Wir haben dies bereits ausprobiert, meine Gute. Mal gucken, ob wir irgendwas im Wald finden. Nett. Ah, gee. Ich habe gerade wieder zurückgekommen. Es ist wie ein Maze in da. Ich werde eine Karte oder jemanden brauchen, um mich zu helfen, wenn ich etwas in da zu finden möchte. H-h-hello? Ist jemand nach Hause? Es scheint sehr... kalt. Ich bin nicht sicher, dass jemand nach Hause ist. H-hello? Es scheint sehr... Vielleicht sollte ich etwas anderes probieren. Willkommen, junger Reiner. Die Sterne sind auf dich. Ich bin nicht nur die Sterne, mein guter... Nicht nur die Sterne. Wie ist ein schade-schweig-schweig-schweig? Hi da. Uh... Deine... Grace? Sir? Deine Heiligkeit? Oh, liebe Kind. Nein, nein, bitte. Theodor wird überleben. Entschuldigung. Es ist meine erste Mal in einer Kirche. Aber es ist schön, dich zu treffen, Theodor. Mein Name ist Anna. Und ein Freude, dich zu treffen, auch, junger Junge. Deine Kirche ist sehr schön, Theodor. Ja, tatsächlich ist es. Aber... Alas, es ist nicht meine. Ich schaue einfach nach sie, so zu sagen. Und schaue für alle Menschen, die kommen, die die rote Dragegung suchen. Oh, der Dragegung! Ich war über ein Dragegung, der Menschen auf die Glassemountain fliegen könnte. Ah, ja. Das sie könnte. Aber... Es ist nun also schwierig zu wissen. Nein. Niemand, der sie begrüßt hat, als sie satt auf der Belltower, würde frei durch die Lande gesetzt werden. Einige sagen, dass der Dragegung der Dragegung in Zeit verloren ist. Einige sagen, dass es alles nur ein Myth ist. Ich stehe hier einfach, um zu verhalten, was sie für sie stand und repräsentierte. Das ist wichtig. Mit oder ohne sie. Du sagst, der Dragegung stand für etwas wichtiges? Oh, sehr viel so. Seine Präsenz führte die Schäden aus der Lande. Du siehst... Die Schäden waren die Schäden aus der Reden. Und in turn, sie uns aus der Dragegung von der Dragegung. Aber... Mein Grandpa hat mir gesagt, dass es nichts zu gefährden in der Dragegung ist. Eine Minute, ich hatte Angst. Aber dann Grandpa lacht, weil es nur eine tree-branche auf meinem Fenster war. Ja, das stimmt. Das stimmt. Der Dragegung ist oft nicht nur ein Trickster. Unfortunately, der Lord of Dark revels in solche Tricks. Der Lord of Dark? Oh, ja. Mephistopheles. Er ist bekannt für seine viele Namen und viele Geyser. Aber nicht Angst, für, dank der Reddragegung, wir alle sicher sind. Ihre Presse hat ihn tief in die Erde, du siehst. Seine Tricksie entstand. Hm, interessant. Wie war das mit dem Glockenkrung? Du sagst, der Dragegung würde Menschen aus der Belltower fliegen? Wo ist das? Ja, das ist genau durch die Tür hinter dir. Alas, für viele Generationen jetzt, hat die Tür geöffnet. Für Jahre habe ich eine Möglichkeit, die es öffnen. Aber für Jahre hat es geöffnet. Die Tür geöffnet wurde. Dieses Ort war entweder für den Liebe des Reddragons gebaut. Ich bin sicher, dass viele Antworten hier liegen, irgendwo vor unseren Augen. Ich bin aber ein altes Mann, nicht ein Detektiv. Any solche Indikationen haben mich geschafft, zu erledigen. Oh, ein Detektiv-Mystery. Das klingt ein bisschen lustig. Vielleicht kann ich einen Blick auf die Beispiele machen. Aber natürlich. Sei mein Gast, junger Junge. Die große Fenster sind so, so schön. Ich liebe sie. Oh, ja. Sie sind wirklich wunderschön, nicht wahr? Ich bin ständig auf ihre Schönheit. Sie erinnern den Reddragons, der Herr der Dunstern. Oh, wow. Ich hätte nie gedacht, dass das wirklich so etwas passiert ist. Hm, hm. Was ist das Szene für eine Geschichte? Sind alle diese Schilder in der Raum, auch eine Geschichte zu ihnen? Ja, das sind sie. Sie erzählen ihre eigene Geschichte über Wunderhorn's Days of Magie. Oh. Kannst du es mir sagen? Ich wäre glücklich. Wo würde ich mich anfangen? Was meint die mit lebhaften Gemälde? Kannst du mir erzählen, über die wunderschöne Schilderung, dort auf der Seite? Das war in den Tagen vor Magie, als die Schilderung und der Chaos die Land regierten. Die große Macht waren an Wunder. Niemand konnte Ordnung behalten. Dankeschön für deine Hilfe, Theodore. Ich werde besser gehen. Natürlich, junger Junge. Die Sterne sind mit dir. Nein. Ich mag das nicht. Die Frau sieht so schrecklich. Sie riecht zu dieser Frau. Die Frau schaut einfach weg und sie ignoriert. Sie riecht aus. Sie riecht super. Sie riecht ganz gut. Halt ein. Es gibt einige wichtigere Leute in der Mitte, und alle um sie nur sie sehen, als ob sie in Gefahr sind. Es sind ein paar Leute, die ein bisschen... verrückt. Sie sind alle gegen uns kämpfen. Lass mich raten, sie sabbern. Sie lächzen nach dem Blut der Gegner. Wollen wir mal gucken, was er dazu zu sagen hat. Hallo, junger Junge. Was ist mit dem Ruhigen? Es sieht ziemlich schön aus. Ah, ja, das zweite Schild. Das war eine momentische Zeit, als die ersten Wälder von Wunderhorn in Kraft kamen. Durch ihre Demonstrationen von benignem Sorgen enthalten sie Schäden und Frieden und Ordnung brachten. Wer ist der Mann in dem Porträt dort? Philipp Vogt, ein direkter Descendant der großen Wälder und ein wichtiger Teil der Wunderhorns Geschichte. Es war Philipp, der die größte Schäden zu haben. Es war Philipp, der die größte Schäden zu haben. Er hat eine Schäden, um die Schäden zu verhindern. Es ist gesagt, dass er eine Schäden, deep in einer Glade, in Wunderhorn's woods, in order to cast es dort. Der Schäden war so viel Kraft, dass er seine eigenen Leben hat. Als er die Schäden der Schäden, hat er perished, um uns alle zu retten. Oh, wow! What a brave, selfless man. A shrine deep in Wunderhorn's woods, huh? I wonder if I'm able to find that at all. Wait a second. I know where I've seen him before. I have a picture of him. Here, see? It looks just like him, don't you think? By the stars. I think you're right, young one. Where did you find this? Uh, it's a long story, but I found it in the witch's house. Hmm, how curious. And the girl here, it must be... It's Phillip's daughter, Queen Yannick. This girl is the queen? We don't really know much about kings and queens out on my farm. Indeed, it is her. As a child, of course. Sadly, though, about a year ago, she just vanished. No one knows how or why. Yet another somber, unsolved mystery, I'm afraid. Can you tell me about the sad-looking painting on the right? Yes, a sad painting indeed. A woman banishing a child for an unforgivable sin. The woman was said to be a great witch of Wonderhorn. And the girl? Her very own daughter. Little is known of it. But the painting is said to have been made by a mute child, who witnessed the tragic scene. Geez, this is too sad. Let's talk about something else. Thanks for your help, Theodore. I best get going. Of course, young one. The stars be with you. And the stars be with you, my friend. But with this and this, say we now, another way of the church, we want to leave us here with a double part. I've taken a couple of parts. I'll just take a few parts. I hope you like it. We'll see you in the next part. For the good. There are a few parts. We'll be doing it. Vielen Dank.